Hello Gentlemen, hallo Kliksu und zwar meine Frage an dich ist, ob du auf deiner neuen CD irgendwelche Features gemacht hast, weil man hört von dir gar nichts mehr mit anderen Leuten. Du hast ein Lied gemacht mit Azad oder Moussa Fassander und mich würde das gerne interessieren, ob du noch Lieder mit anderen Leuten machst. Also ich habe viele Features auf dem neuen Album. Es gibt zwei verschiedene Versionen, eine mit 20 Songs oder 19 Songs und eine mit 28 Songs. Da sind Features drauf, vielleicht die dir jetzt was sagen, Cassandra Steen zum Beispiel, Patrice ist da drauf. Ich habe vor ein paar Wochen auch mit Flame Song aufgenommen für sein neues Album irgendwie. Ich mache immer wieder auch Songs mit anderen Leuten. Wenn du das nicht mitkriegst, dann liegt das an den Medien und nicht an mir. Das Album kommt am 9. April raus, hörst dir an und du findest 10 Features auf dem Album.